Eine Diagnose im Faszien-Distorsionsmodell, FDM, soll uns als Handlungsanweisung dienen. Fragen in Anamnese und Untersuchung sind insoweit nur dann zweckmäßig, wenn sie uns Hinweise auf eine erfolgversprechende Therapie geben. Alle anderen Fragen und Untersuchungen sind überflüssig. Das FDM nutzt vier diagnostische Elemente zum Auffinden der Behandlung. Erstens die Körpersprache, Body Language, zweitens Subjective Complaints, drittens den Entstehungsmechanismus der Beschwerden, Mechanism of Injury und viertens objektive Befunde in der klinischen Untersuchung, Objective Findings. Die subjektiven Beschwerden des Patienten. Im FDM glaubt man, dass man aus bestimmten Schlüsselbegriffen, die der Patient verwendet, auf die entsprechende Distorsion schließen kann. Wahrscheinlich sind die subjektiv geäußerten Beschwerden am wichtigsten für eine erfolgversprechende Arbeitsdiagnose. Die Formulierungen permanent und immer da deuten auf Faltdistorsionen oder hernierte Triggerpunkte. Ziehende oder brennende Schmerzen werden von Patienten angegeben, die unter Triggerbändern leiden. Stechende Schmerzen sind typisch für Kontinumsdistorsionen. Beschwerden, die mal so, mal so auftreten, zeigen eine Zylinderdistorsion an. Patienten mit Zylinderdistorsionen oder Faltdistorsionen geben tiefliegende Schmerzen an. Personen mit einer Zylinderdistorsion haben oft großflächig Schmerzen und leiden häufig unter Nachtschmerzen. Beschwerden nach Ruhe oder bei stärkerer Belastung sind typisch für Triggerbänder. Positionswechsel machen bei Triggerbändern Probleme. Faltdistorsionen treiben Patienten aus dem Bett. Langsames Gehen und Schmerzen beim Stehenbleiben deuten auf Einfaltdistorsionen. Schnelles Gehen wird bei Einfaltdistorsionen dagegen problemlos vertragen. Schwäche deutet auf Zylinderdistorsionen und Triggerbänder. Häufig sind allerdings Triggerbänder verantwortlich. Instabilitäten sprechen für das Vorliegen von Faltdistorsionen. Spasmen und Krämpfe sind typisch für Zylinderdistorsionen. Die Squeegee-Technik beseitigt diese zuverlässig. Blockaden sprechen für hernierte Triggerpunkte. Aussagen wie Es muss knacken deuten auf Faltdistorsionen und tektonische Fixationen. Bezüglich des Entstehungsmechanismus der Beschwerden interessieren das Auslösen der Ereignis, ein langsames oder spontanes Auftreten der Beschwerden, Art und Richtung der Kräfte und in der Vergangenheit liegende Operationen.